Ich bin im Gespräch mit Barbara Strohschein. Sie ist Philosophin, Psychologin, Wissende, darf man auch dazu sagen, glaube ich. Sie hat ein Institut, Chor Amati, für eine Praxis für philosophische Werte. Und wir sprechen heute über verschiedene Formen der Liebe, die wir im ersten Teil untersuchen werden. Im zweiten sprechen wir dann über die Fallen in der Liebe, das ist ganz wichtig, wohin man da stolpern kann. Und im dritten natürlich über die Freuden der Liebe. Also fangen wir mal mit den Formen der Liebe an, Frau Strohschein. Was gibt es da? Also ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist ja auch ein Thema meiner Praxis, der Menschen, die zu mir kommen, die Liebe zu sich selbst. Und damit ist natürlich nicht Egoismus gemeint und das Durchsetzen der eigenen Interessen, sondern eine positive Einstellung zu sich selbst. Und meiner Erfahrung nach haben Menschen auch, wenn sie Erfolg haben, gut aussehen, viel Geld verdienen, spielt alles keine so eine große Rolle, wenn das Selbstwertgefühl doch beeinträchtigt ist. Wie kommt das? Ich glaube, dass viele Männer und Frauen in ihrer Kindheit nicht die bedingungslose Liebe erlebt haben von den Eltern. Diese bedingungslose Liebe ist aber enorm wichtig, jetzt psychisch gesehen, dass ein Kind aufwächst mit einer bedingungslosen Liebe zu sich selbst und eben kein Egoist wird. Also ein Kind, was diese bedingungslose Liebe erlebt, hat den großen Gewinn, dass es nicht um Liebe kämpfen muss, weil es sie erfahren hat. Kann diese Liebe denn überhaupt in der heutigen Zeit noch vermittelt werden, da die Mütter ja die Kinder nur noch ganz kurz haben und sofort wieder arbeiten gehen? Oder das Kind abgeben irgendwo, damit es ja nicht stört und man Geld verdienen kann, was wie wichtiger ist, offenbar? Das ist natürlich eine Frage in einer Zeit, in der es darauf ankommt, sich im Beruf durchzusetzen und Geld zu verdienen. Ich kann nur jeden, der ein Kind in die Welt setzt, daran erinnern, wie wichtig das ist, dass Eltern ihre Kinder wirklich bedingungslos lieben. Das ist natürlich ein großes Kunststück, vor allen Dingen für die Menschen, die eine bedingungslose Liebe in ihrer Kindheit nicht erlebt haben. Aber durch bestimmte transformatorische Prozesse können durchaus Menschen im Laufe ihrer Zeit dieses Selbstwertgefühl entwickeln. Würde aber auch bedeuten, dass die Eltern permanent für sie da sind? Nicht unbedingt. Also ich glaube, dass die unentwegte Anwesenheit gar nicht das Entscheidende ist, sondern wichtig ist, dass die Kinder sich einfach akzeptiert fühlen. Akzeptiert von Mutter und Vater, aber wenn die eben nicht anwesend sind, wie soll das funktionieren? Wenn ein Kind ganz früh erlebt, dass die Mutter es anguckt, dass sie es in den Armen nimmt, dass der Vater da ist, dann ist die dauernde Anwesenheit keine Voraussetzung dafür, dass das Kind dieses Gefühl entwickelt. Also es ist natürlich so, dass wir heute eine Vorstellung von Erziehung haben, die historisch sehr stark geprägt ist. Es war früher völlig üblich, dass die Kinder weggegeben wurden zu Gewandanten in irgendwelche Internate. Ja gut, da waren sie aber schon älter. Ja, eben nicht. Also es gibt eine entschütternde Dokumentation zu dem Thema, wie sind Kinder groß geworden. Mit dem Titel Hört ihr die Kinder weinen? Und das ist eine psychohistorische Aufarbeitung der Tatsache, wie Kinder groß geworden sind. Und das Fazit des Herausgebers ist, wir können uns eigentlich wundern, dass die Menschheit noch existiert. Weil Kindern eben sehr oft nicht das Schicksal zuteil wurde, geliebt zu werden, beschützt zu werden, so wie das Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts dann plötzlich zu einem großen Aufruf wurde, nicht? Kümmert euch um eure Kinder, liebt eure Kinder, versteht durch welche Krisen sie gehen, erinnert euch an eure eigene Kindheit. Also heißt es, übersetzt eine gesunde Selbstliebe, nicht zu verwechseln mit Egoismus oder Self-Optimizing, was ja ganz modern ist, funktioniert oder kann nur dann eintreten, wenn ich tatsächlich von den Eltern akzeptiert bin, gewollt bin, geliebt werde. Wenn ich es nicht bin, kann es sein, dass diese so in aller Munde seiende Bewegung der Selbstoptimierung eigentlich darauf zurückzuführen ist?